Radio SAW Hit Arena So Freunde, wie uns schwer zu erkennen, sind wir hier bei der Radio SAW Hit Arena auf dem Roland Fest in Stendheim. Die Biber und die Butzelmänner, das ist die Liveband, die ihr spielt, ist nicht das Einzige. Denn wir haben zum einen die Radio SAW Dancer mit dabei und wollen wir uns auf einen ganz besonderen Gast. Und übrigens, er ist die absolut geilste Tänzerin, die Brasilien je hervorgebracht hat. Das wollen wir mal festhalten. Also ich möchte das bitteschön. Geil. Hey. Ich bin in WM-Fieber, deswegen das Outfit heute Abend brasilianisch. Ich freue mich auf England gegen Italien nachher und ich freue mich auch auf Heinz-Rudolf Kunze live auf unserer Bühne hier beim Roland Fest. Hallo, hier ist Heinz-Rudolf Kunze. Ich bin bereits in Stendhal und Charme mit den Hufen für unser Konzert beim Roland Fest. Wir freuen uns darauf. Ich bin nicht zum ersten Mal in dieser schönen Stadt. Und wir sind sehr gespannt, was sich da vor der Bühne tummelt und wie die Menschen mit unserer Musik umgehen. Gibt's du mir noch einmal eine Chance? Sind wir noch verbunden wie in Trance? Denkst du noch wie frohes Weltelzeit? Trägtst du noch die Küsche unter Blei? Trägtst du noch die Küsche unter Blei? Ich finde man super! Die Texte sind super! Schon seit Anfang an, wo er rausgekommen ist, super. Das meint der Ernst, was der singt. Das spürt man auch, auch im Herzen. Super Sänger, tolle Lieder, tolle Texte, mit Sinn und Verstand. Kann ja nicht jeder heutzutage. Darum hat man das Deutsche doch so schön im Ohr. Gerade die Texte. Sind auch sehr poetisch, sehr tiefgehend. Super, einfach nur super. Wir bedienen ja nicht so die Ballermann-Stimmung, die man gerne bei Stadtfesten auch hat. Sondern es gibt ja bei uns auch sehr viele ruhige, nachdenkliche Titel. Insofern ist das für die Leute wahrscheinlich ungewohnt. Mit sowas rechnen sie vielleicht nicht. Zumindest die, die mich noch nicht gut kennen. Die, die mich gut kennen, wissen ja, dass ich solche Musik mache. Aber die vielen anderen, die mich nicht oder nur flüchtig kennen, für die ist das wahrscheinlich überraschend, dass es auch so viele relativ ernsthafte Nummern in so einem Programm gibt. Aber ich finde am Schluss der Beifall, da sieht man, dass es eine Kurve gekriegt hat und insgesamt eine runde Form war. Großartig, großartig, ganz großartig. Ich habe ein Autogramm. Die Radio-SAW-Hit-Arena. Superhits fürs SAW-Land. Radio SAW